Beim Bäcker in meiner Heimat hängt ein großes Schild mit einem Zitat von Oscar Wilde. Dort steht, Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen. Und tatsächlich duftet es in Bäckereien ja immer nach den unterschiedlichsten Leckereien, die einen in Versuchung führen. Diesen zu widerstehen, macht die Fastenzeit ja gerade so schwer. Und vielleicht ging es Jesus im heutigen Evangelium ähnlich. Nach 40 Tagen des Fastens scheint ein Brot die süßeste Versuchung zu sein. Doch anstatt der Versuchung des Teufels nachzugeben, antwortet er ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Als Menschen sind wir mehr als Stoffwechsel, Nahrungsaufnahme und Zellverfall. Wir sind Suchende. Suchende nach einem Weg, der mehr ist als Lust, Karriere und Erfolg. Der mehr ist als nur Bedürfnisbefriedigung. Auf der Suche nach meinem Weg ist die Fastenzeit ein Geschenk. Denn ich kann mir Zeit nehmen, eine Wüstenzeit für mich selbst, um meinen eigenen Versuchungen auf den Grund zu gehen. Um die Kraft und den Mut zu finden, auch mal Nein zu sagen. Und dabei geht es nicht primär um strengen Verzicht, sondern um Dinge, die mir den Blick auf das verstellen, was für mich wichtig ist. Wovon lebe ich wirklich? Und was sind Quellen, aus denen ich schöpfe? Ich bin eine Suchende. Ich brauche mehr als Brot zum Leben.